Musik Im Rheinischen Freilichtmuseum Kommern sind ländliche Baudenkmäler nach ihrer landschaftlichen Herkunft zu Siedlungen zusammengestellt. Zum Eifeldorf gehört das Wohnhaus aus Bodenbach bei Adenau. Eine Strohverkleidung schützt die Südwestwand vor den Unbillen der Witterung. Die benachbarte Winkelhofanlage stand früher in Scheuerheck, einem Ortsteil von Münstereifel. Auf dem offenen Hofplatz treffen Museumshandwerker die Vorbereitungen, um auch hier nach vorgegebenem Muster einen Wetterschutz anzulegen. Die verwendeten Baustoffe wie Lehm und Stroh waren in bäuerlichen Betrieben leicht erreichbar. Die Fachwerkfüllungen in der Giebelwand sind bereits durch Sturm, Kälte und Nässe zerbröckelt und ausgewaschen. Um den regendichten Strohbelag anbringen zu können, muss zunächst der Untergrund zurechtgemacht werden. Auf den Eckständer des Eichenholzfachwerks wird eine etwa drei Zentimeter starke Eichenstange aufgenagelt. Sie bildet den seitlichen Abschluss und soll das Eindringen des Windes verhindern. Der Sturzriegel über der Haustür trägt die Jahreszahl 1711. Aus dieser frühen Zeit gibt es für die Eifel kaum Nachricht über die Formen der Wandverkleidung. In der Lehmbütte steht schon der angemachte Strohlehm bereit. Er muss auf die Hölzer der Fachwerkwand mit Hilfe eines vorn leicht zugespitzten Brettes aufgetragen werden. Dabei beginnt man mit der Schwelle, die das ganze Wandgerüst trägt. Der zähe mit Strohhäcksel und Wasser angemengte Lehm wird mit dem zweizinkigen Lehmhaken auf das Brett gebracht, das man als Sporn oder Plästerbrett bezeichnete. So werden Gefach um Gefach die Streben, Riegel und Ständer nacheinander mit Lehmmörtel bedeckt, der den haftenden Untergrund bildet. Haselgärten, die der nächsten Lehmschicht festen Halt geben sollen, dienen als Putzträger. Sie werden ebenfalls auf dem Balken festgenagelt. Ein Vorrat, den man bei Bedarf aus dem Wald holte, ist bereits zurechtgelegt. Junge, fingerdicke Haselnussruten eignen sich besonders gut für diesen Zweck, weil sie in geradem Wuchs die erforderliche Länge erreichen. Ich werde es noch in den Kasten electen. Ich werde es nun so gut! Ich werde es noch in den Kasten er間. Bis zur Dicke der aufgenagelten Routen muss im nächsten Arbeitsgang eine zweite Lehmschicht über den Balken aufgetragen werden. Die Wetterwand, die im rauen Klima besonders geschützt werden muss, wird in der Eifel allgemein als Schlagsick bezeichnet. Es ist die Hausseite, auf die der Schlagregen trifft. Hier handelt es sich um den Stallgiebel eines Anwesens, das zum Typ des sogenannten Wohnstallhauses gehört. Wohnteil mit Herdraum und Stube und die Stallungen sind unter einem Dach vereinigt. Der lang gestreckte Baukörper ruht auf einem Bruchsteinfundament. Diese Hausform war in vielen Abwandlungen verbreitet. Die Scheune steht hier als Nebengebäude rechtwinklig zum Haus. Auf dem offenen Hofplatz liegt der unvermischte Lehm bereit, aus dem nun der Bindemörtel für den Strohbelag hergestellt werden soll. Der feinkrümelige, zum Aussondern der Steine und Wurzeln durchgesiebte Rohstoff wird lediglich mit Wasser angerührt. Bisschen Wasser, gut. Als Material für die Wandverkleidung kann man nur Roggen Langstroh verwenden, das früher auch für die Strohdächer gebraucht wurde. Beim Kämmen auf dem Schorfbock bleiben die geknickten und unbrauchbaren Wirrhalme an den eisernen Zinken hängen. Durch das Aufstoßen auf den Boden bringt man die Halmenden des Bündels auf gleiche Höhe. Für die Wandbekleidung benötigt man Abschnitte von einheitlicher Länge. Bevor man den Strohbau schneidet, muss er in mehreren Teilen abgebunden werden. Seitdem in der Landwirtschaft Mähmaschinen und Mähdrescher eingesetzt werden, ist Langstroh kaum noch zu erreichen. Für den Bedarf des Freilichtmuseums kommt das Stroh aus der eigenen Landwirtschaft, bei der frühere Formen der bäuerlichen Arbeit gepflegt werden. Sofern der Bedarf nicht gedeckt werden kann, weicht man auf andere landwirtschaftliche Betriebe aus, die das Getreide noch mit dem Mähbinder ernten. Mit dem langarmigen Zinken Hebelmesser wird das Stroh in gleich lange Püngel geschnitten. Für die untere Reihe müssen die Strohabschnitte 15 Zentimeter lang sein. Der Museumshandwerker legt jetzt die erste Strohschicht an. Eine Handvoll loses Stroh, dessen Halmenden in den zähbreiigen Lehm getaucht werden, wird an der Wand ausgebreitet und in den Lehmputz eingedrückt. Die Halmenden, die nicht mit Lehm bestrichen sind, sitzen unabhängig in den Lehmputz eingedrückt. Sie bilden unmittelbar auf dem Bruchsteinmauerwerk auf. Sie bilden den Abschluss, von dem das Regenwasser nach unten abtropfen kann. Nach und nach wächst so die erste Lage vom rechten Eckständer hin zur Mitte der Fachwerkwand. Damit das Stroh oben anklebt, streicht man es mit Kelle und schmalem Reibbrett fest in den weichen Unterputz ein. Mit der zweiten Decklage aus Strohschicht Stroh beginnt man erneut am rechten Eckständer. Die nun 20 Zentimeter langen Halmabschnitte überdecken die ersten, sodass sich eine regendichte, wärmeisolierende Schicht bildet. Strohverkleidungen an der Wetterwand haben sich in den rheinischen Landschaften nicht bis in die Gegenwart gehalten. Allerdings gibt es Berichte, die das Herstellen derartiger Wandverkleidungen schildern. Im Siegerland zum Beispiel bestrich man zunächst das unterste Gefach der Wand mit Lehm, nahm eine Handvoll Stroh, drückte dieses in den weichen Untergrund ein und breitete es dabei aus. Darauf wurde eine fingerdicke gespaltene Haselnussgärte gelegt, die man links und rechts auf die Balkenteile nagelte. Die folgenden Schichten wurden jeweils vier Zentimeter Höhe in gleicher Weise angebracht, bis man so schließlich das Giebeldreieck unter dem Dach erreichte. Im Museum hat man Wandreste ähnlicher Art an einem Westerwälderhaus entdeckt, das hier wieder aufgebaut worden ist. Anhand des Befundes konnte der Museumshandwerker, der auch die Strohwand des Bodenbacher Hauses herrichtete, die alte Technik nachvollziehen. Den Lehm, den man für alle bäuerlichen Arbeiten verwendete, hat man früher in den Gemeindekaulen geholt. Sie lagen am Rande der Dorfgemarkung und sind heute meist mit Gebüsch zugewachsen. Dort wurde der Lehm während der Herbstzeit in Nachbarschaftshilfe gebrochen, sodass er vor der Bruchwand auswintern konnte. Dabei gewann er die rechte Beschaffenheit. In Kommern gab es keine Gemeindelehmkaul. Die Bauern holten sich den nötigen Vorrat in den eigenen Lehmkulen. Die Kaul, die vom Museum genutzt wird, ist allerdings für diese Zwecke eigens erschlossen worden. Schubkarrenweise entnimmt man hier kleinere Mengen für die Arbeit an der Strohwand. Auf dem Hofplatz bereiten die Museumshandwerker aus Lehm, Häcksel, Stroh und Wasser den Lehmmörtel zu, den man als Unterputz für das nächste Gefach braucht. Für das Häckselstroh verwendet man auch Reste der Strohbäusche, die für die Wandverkleidung zurecht geschnitten worden sind. Früher nahmen die Bauern meist Heu statt des vielseitig verwendeten Strohs. Sie mengten dem Lehm auch Ochsenblut und Schweinsborsten bei, damit er die nötige Konsistenz erlangte. Außer Holz war Lehm der wichtigste Baustoff, ehe er von Zement und Mörtel abgelöst wurde. Die Wandgefache der Fachwerkbauten wurden mit einem Gemisch aus Lehm, gehäckseltem Stroh und Sand beworfen und mit einem Lehmputz überzogen. Aus zähteigigem Lehm wurden auch die Scheunentennen gestampft, auf denen das Getreide gedroschen wurde. Ursprünglich wurden sogar vielfach Kuchen aus getrocknetem Lehm zur Errichtung der Schornsteine gebraucht. Das kann man nicht die sein oder nicht der sie? Ach, musst du schöpfen. Ne, du musst jetzt immer was nötig. Das ist noch nicht nötig. Der Lehm muss nun gründlich durchgeknetet werden. Dazu ließ man ihn früher bei warmer Witterung mit nackten Füßen durchtreten. Dabei spürte man die Steine, die entfernt werden mussten. Die Arbeit an der Wand ist inzwischen weiter vorangeschritten. Man hat jetzt ein Gerüst aus Holzböcken und Bohlen errichtet, von dem aus die Strohverkleidung der oberen Wandgefache angelegt werden kann. Lehm-Mörtel wird für eine weitere Lage Stroh als Bindemittel aufgetragen. Das Anbringen des Strohs in Bündelchen, die mit der Hand umfasst werden können, wird wiederholt sich in stets gleicher Weise. Die Strohlagen gleichen einem dichten Gefieder, von dem das Wasser abperlen kann. Im Siegerland nannte man diese Technik der Wandverkleidung daher auch Fiedern. Daneben gab es noch andere haltbare Materialien, die man zur Herstellung eines Wetterschutzes benutzte. Die einfachste Art war die Holzverschalung oder Verbretterung der Schlagseite. Erhalten geblieben sind Wandverkleidungen mit Holzschindeln, wie sie auch zum Dachdecken verwendet wurden. Im Bergischen Land und im Hunsrück kennt man bis heute noch die Verschieferung. Ein eigenartiger Wandbelag war früher in Kolverath in der Eifel zu sehen. Man benutzte hier langstielige Moospflanzen in der Art, dass 20 bis 25 Zentimeter lange Stängel mit den Wurzelenden nach oben in den Lehmputz geklebt wurden. Sie überdeckten sich dachziegelartig und boten so einen wetterbeständigen Schutz. Jährlich kommen über hunderttausend Besucher in das Museum. Darunter zahlreiche Schulklassen, die Kinder finden hier anschauliche Zeugnisse für das Leben in früherer Zeit. Lehm, Wasser und Stroh. Da wird das zusammengemischt, ein paar Mal umgesetzt und dann muss man sich die Junge tiefer anziehen, dann wird das betreffend. Wird das dann auf dem Dach so geklebt? Nein, nicht auf dem Dach. Höchstens die fährste. Wie wird das Leben angekommen? Das ist nur was und Leben. Und Stroh. Und Stroh. Das wird dann so ungemischt, ne? Ja. Wird das noch mit irgendetwas abgedeckt, wenn das einmal an den Wänden ist? Nein, das wird nur abgerieben. Wie lange hält das denn? Also wie oft muss man das denn erneut? Es kommt auf die Werteseite an. Das steht jetzt schon über 20 Jahre. Wie lange dauert das bis das hart wird? Tja, schöner Witterung. Die Erläuterungen der Museumshandwerker erklären den Kindern die heute unverständlichen Vorgänge. Für das Anlegen solcher Strohverkleidungen wählte man stets die trockene Jahreszeit. Regen würde den frisch aufgetragenen Lehmputz abspülen und das Stroh von der Wand lösen. So wird beim Fortgang der Arbeit die giebelseitige Wetterwand des Hofs aus Scheuerheck in wenigen Tagen ganz mit Stroh bedeckt sein. Die Strohverkleidung wird dann der Schlachsick den gleichen Schutz gegen Kälte und Nässe bieten, der sich beim Nachbarhaus aus Bodenbach seit nahezu 20 Jahren bewährt hat. In unserer mehr und mehr technisierten Welt gewinnt das Rheinische Freilichtmuseum in Kommern wachsende Bedeutung für die Bewahrung früherer Formen des Wohnens und Wirtschaftens. Das war jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020